Herzlich Willkommen zu einer neuen DailyLax US Morning Ausgabe heute am Freitag, dem 9. Juli 2021. Wir blicken auf den amerikanischen Dow Jones Index. Was tut sich? Weiterhin in Summe tatsächlich nicht viel, denn wir sind ja noch immer auf einem recht hohen Niveau unterwegs, pendeln mehr oder weniger. Was sich hier derzeit ausbildet, das ist noch so ein bisschen die Frage. Haben unverändert durch das Rekordhoch, welches hier als Widerstand fungiert. Was weiterhin entscheidend ist und ob sich hier nun ein Abwärtstrend gerade ausbildet, das steht noch ein wenig in den Sternen. Das Ganze ist noch sehr umkämpft, also man muss auch stets darauf vorbereitet sein, dass hier auch nochmals ein kleiner Endspurt kommt Richtung 35.000 Punkte. Dafür hat sich das Bild noch nicht wirklich stark genug eingetrübt. Gleiches gilt auch für den Technologie Index Nestec. Natürlich die Chartlage ist äußerst positiv. Recht interessant könnte die Konstellation sein, dass der Technologie Index Nestec gerade gestern knapp oberhalb des 10-Tages-Durchschnitts hat schließen können bzw. diesen verteidigen können. Aber wir sehen im unteren Parameter-Bereich, dass eben der RSI dazu tendiert vielleicht in einen Trend rüber zu gehen. Das könnte zumindest zu einer Konsolidierung führen. Konsolidierung in dem Sinn, dass wir in die Region von ca. 14.300 Punkte kurzfristig beim Nestec 100 Index rutschen könnten, insofern wir jetzt kein neues hoch oberhalb von 14.900 vollziehen. Dann noch ein Blick auf Salesforce. Jetzt endlich läuft es nach Plan, muss man sagen. Es sollte zum Ausbruch kommen und ich werde, oder besser gesagt, ich verfolge noch immer mein altes Kurs, nämlich 280 US-Dollar in etwa. Ein Teil der Wegstrecke ist schon vollzogen worden. Man sollte jetzt schon trotzdem beginnen, denn man weiß ja eben nie, was der Markt nun macht, die Stops nachzuziehen bzw. allgemein sich abzusichern. Und man sieht nun hier sehr, sehr schön, dass es gleich drei gleichende Durchschnitte gibt und in dieser Zone sollte man sich idealerweise absichern. Wenn der Einzelwert hier nun wieder darunter fallen sollte, könnte es auch dazu führen, dass wir hier nochmals etwas stärker konsolidieren. Deshalb frühzeitig absichern. Dann kann man immer noch neu einsteigen, wenn man ausgestoppt werden sollte und alternativ, wenn die Stops nicht gerissen werden, ist das Ziel weiterhin 280 US-Dollar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.